Hey, ähm, heute hat doch dein Bruder das Bewerbungsgespräch bei uns, oder? Ich hoffe, er verkackt's nicht, Mann. Der braucht jetzt echt einen Job. Hast du ihm gesagt schick anziehen? Weil der trägt doch immer nur Jogginghose und so. Ich hab ihm gesagt so schick wie möglich. Äh, da seid ihr, was geht ab, meine Abis? Was ist das für ein Outfit? Ja, du hast doch gesagt schick anziehen. Ja, schon, aber nicht so schick. Du hast gesagt so schick wie möglich. Na, er hat einen Punkt, viel schicker geht's echt nicht. Ja, aber er sieht aus wie Mozart, Alter. Danke, Mann. Das ist kein Kompliment. Das ist nicht 1750, Mann. Viele alte Sachen sind gerade wieder in. Hat er schon recht, ja. Ach, shit. Jetzt muss ein Wunder passieren, oder so. So, die Herren, wo ist denn unser Bewerber? Hey, schöne Haare. Das ist anscheinend echt wieder hin. Danke, Chef. Sie haben auch schöne Haare. Und damit meine ich nicht die am Kopf. Sack meine ich. Okay, ähm, ja. Sofort raus. Okay. So kurz davor.